Wie sieht es persönlich in Ihrem Leben aus? Wie soll es da weitergehen? Welchen Karriereplan haben Sie? Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch viel Education geben kann für die LGBT-Community. Ich bleibe Interviews geben, weil ich finde, dass Deutschland und die ganze Welt die Augen offenen soll für meine Community. Ich hoffe, dass ich weiterkomme mit moderieren und in Filmspielen. Es sind viele Sachen, die auf meiner Liste sind, aber ich nehme es klein ein bisschen bei ein bisschen. Wie sieht es bei Ihnen aus in der Liebe? Liebe geht alles gut. Alles super. Was ist denn wichtig, um glücklich zu sein in der Liebe? Das Wichtigste, um glücklich zu sein in der Liebe? Oh Gott, ich glaube, dass du ein anderer... You have to trust each other. Trust is the most important thing. Trust, ja. Vertrauen. Blicken wir mal weiter nach vorne. Was sind so Ihre Wünsche und Träume? Was möchten Sie unbedingt noch erreichen oder persönlich oder auch im Beruflichen? Ich hoffe, dass ich noch ein Programm, ein Fernsehprogramm moderieren darf, wo ich jungen Leuten helfen kann mit Confidence und mit Traumen. Traumen wahr machen von jungen Leuten. Das hoffe ich. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, dass du ein Programm moderieren kannst, was du mit jungen Leuten zu tun hast und damit ich jungen Leuten helfen kann. Hilfen, das mache ich gerne. Deswegen. Dann drücke ich die Daumen dafür. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.